Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir da Need for Speed Heat und wir machen direkt eine Komponage-Mission. Unser Ziel ist es, Platz 1 zu erreichen. Das ist anscheinend nicht so leicht. Komm, bitte. Was sehe ich? Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Die Jagd ist eröffnet. So, ich weiß, glaube ich, wie ich es angehen werde. Ich werde versuchen, jetzt die ganze Zeit chillen, unter denen zu bleiben, damit ich die auf Start-Ziele beholen kann. Gut so, mach weiter Druck. So, komm. So, so, so. Perfekt. So, ist gut. Dann kann ich was schaffen. Find deinen Rhythmus und arbeite dich nach vorn. So, jetzt. So, jetzt. Dritter. Perfekt. Perfekt. Okay, wird Zeit, dass du was unternimmst. Was soll ich denn jetzt mal unternommen? Das wird noch ein heißer Kampf. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich hätte es schaffen können. Wenn du so fährst, gewinnst du nie was. Alles klar, was hast du? Ich habe schon genug gewonnen. Ja geil, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Neustart. So schlecht sah das ja gar nicht aus. Diese Strecke wird zeigen, wie gut du bist. Oh, da sind wir schon zweiter. Oh, da sind wir schon zweiter. Die Jagd ist eröffnet. Nein. Nein. Und so, mach weiter Druck. So macht man das. Ich habe das jetzt nochmal zu verändern, weil ich das Video veränderte. Und das wir demnächst mit ihr machen. Aber ich hoffe es halt nicht, weil... Mir nach, Kit. Arbeiten wir uns fort. Eigentlich mussten wir es schaffen. Ich lasse dich nicht davon ziehen. So. Ich lasse dich nicht davon ziehen. Schaffst du es nochmal zu überholen? Nee, ich glaube nicht. Ich werde mir so schwer fangen. Ich bin schon sehr gut. 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 jetzt sehen wir es noch ein drittes mal und wenn es nicht klappt dann wenn ich nicht richtig schlecht oder so keine ahnung so neustart und jetzt guck mal was passiert ich hoffe natürlich diesmal gewinnen war diese strecke wird zeigen wie gut du bist ist nur ein kratzer so jetzt haben wir den erstmal weg hauen unterscheiden den da ist wohl jetzt mal rein fahren also schief hier das perfekt in den kraftkarten so hier rechts Oh, das bin ich rausgeführt. So, das sieht aber jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus. Okay, wird Zeit, dass du was unternimmst. So, jetzt sehen wir das erst mal wie du erster und was ist, ich bin verstanden direkt. Ich lass dich nicht davon ziehen. So, jetzt sehen wir das. So, jetzt sehen wir das. So, jetzt sehen wir das. Alles klar. Ich glaube du hast da was verpasst. Ich bin raus, aber du kannst es noch schaffen. Auf jeden Fall geschafft ich das, oder? Ja Leute, dann bin ich hier mit dem Video, weil wir leider dreimal jetzt gefuckt haben. Dann werden wir es halt im nächsten Video schaffen. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn es ist, lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020